Was bringt das dann? What? Wahrscheinlich nicht. Ich versuche jetzt einfach mal die Dinger hier wegzuklopfen. Oh, jetzt habe ich ein Bett mit abgeklopft. Wenn ich jetzt diese Plattform hier verwende, um hier ein bisschen weiter zu bauen. Ich mache jetzt hier oben unser Feld noch weiter. Schau, wie wunderschön unser Feld wird. Hm, da kann man es auch nicht hinsetzen. Das ist echt seltsam, komisch. Kann ich die überhaupt irgendwo? Dumbled the gate durch, da auch das. Naja, da nehme ich halt ein anderes. Das ist so ein... Spezielles... Oh, ich höre hier gerade... Hast du Feinkommen bei mir? Kontakt. Ja. War aber nicht schlimm. Ich muss hier noch gerade ein bisschen rumräumen, weil... Ich habe so viel Zeug im Inventar jetzt. Also irgendwie, ich weiß nicht, diese Türen kann man irgendwie dazu richtig setzen. Dann crafte ich jetzt einfach was eigenes. So ein kleines, vielleicht ein Eisentürchen oder sowas. Beziehungsweise wenn wir Eisen unbedingt brauchen. Dann natürlich nicht. So, unser Garten wächst jetzt oben, ne? Hier unten. Dann... Hoffentlich kann ich noch ein bisschen... Ein bisschen Holz holen, bevor hier wieder die Welt dunkel wird. Bevor sie ausdünkelt, wie eine Verrünkel. Wie kann man das Bett nochmal drehen? Verdammt. Hast du es abgerissen, ne? Weißt du, wie man das Bett drehen kann? Also generell, Gegenstände drehen. Man kann ja vorm platzieren. Das habe ich die ganze Zeit aus Zufall gemacht, dass ich die ungewollt gedreht habe. Boah, keine Ahnung. Und jetzt bräuchte ich das mal. Ich bin mir aber nicht sicher, wie man das macht. Mehr weiß ich nicht. Ich muss mich übrigens von vorhin berichtigen. Anscheinend gibt es doch keinen Fallschaden. Ich bin gerade ewig tiefgefallen und habe keinen Schaden bekommen. Vorhin sah das dann wohl nur so aus. Da hat mich dann wohl ein Vieh in der Luft geschlagen oder so. Oh, das könnte Silber sein. Ich glaube, ich habe Silber gefunden. Oh, yeah. Come on, please. Big Silber, come on. Ja, Silber. Achso, genau. Jetzt wollte ich mal schauen, wie ich den Mystic-Craft-Hand kann. Puh. Iron-Hooden-Door. Iron-Door wäre natürlich ein bisschen schöner. Dafür bräuchten wir vier Stück. Können wir uns das leisten? Haben wir vier über? Vier Iron-Bars? Äh. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, es hat dafür... Aber wir haben 21, ja, auf jeden Fall. Übrigens diese Viecher, ne? Die jetzt, um es mal, äh, äh, direkt festzumachen. Die, die hinten das Geweih praktisch am Arsch haben. Die so ganz merkwürdig aussehen, ne? Wie so kleine, keine Ahnung, weiß-gelbe Pinguine. Die sind auf jeden Fall freundlich. Okay. Also, ich bin jetzt durch die durchgegangen, hab jetzt mal nichts gemacht, weil ich wollte jetzt nicht, äh, rumklopfen. Und ja, die machen nichts. Na, das ist ja schon mal positiv. Das ist schon mal eine positive Nachricht. Genau, bei denen war nämlich auch das Eisen. Äh, das, äh... Oh, ich flipp gleich aus, Killer, was soll ich... Wo kann man die Scheiß hin platzieren? Oder braucht der schon einen Abschluss als Decke? Das kann natürlich auch sein. Scheiße. Okay, warte mal. Langsam verliere ich die Geduld. Langsam aber sicher. Langsam gedulde ich die Verlierung. Okay, einer muss weg. Hier ist auch kein Eis, äh... Silber sieht übrigens richtig silbrig aus. Scheiße, da hätte ich 100 Pro auch mein Ding nehmen können. Ai, 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 ai. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Holz gefunden. So. Oh, spring drauf! So. Okay. Hm, 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 hm. Folder, viele Holtz. Echt geil, wie die Bäume umfallen. So. Wischt was? Und jetzt nehme ich gerade doch das Gate. Weil jetzt weiß ich, warum das vorher nicht gegangen ist. Die, 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 die. Aber warum hat es nicht geklappt? Ich brauche oben einen Abschluss als Decke. Und das war nicht perfekt bündig. Deswegen hat sich die, 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 hat sich die Tür nicht gesetzt. Hm. Gucken, ob das reicht. Ja. Hier unten habe ich wieder Zeug. Oh, ich sehe hier unten irgendwas bewegt, was sich drehend ist in so einem Wasserloch drin. Ich werde versuche mitzunehmen. Ich hoffe, dass ich es jetzt abbauen kann, ohne dass ich zerplatze. Ha, das kann ich aber trotzdem nicht setzen. Ha, das ist... Das versteht kein Mensch. Warum und wieso und weshalb. Ich habe es abgebaut. Und jetzt ist irgendwas damit passiert. Es ist wie so verpufft, aber ich bin diesmal nicht gestorben. Okay. Sounds delicious. Ja, da war wohl, da war wohl nichts wichtiges. Hm. Hm. Alter, hier oben ist wie so ein Zwischengegner, also ein riesiges Viech mit Helm. Hängt Gegner. Ich schieße es an, nichts passiert. Aber es hängt. Es hängt. Ich kann es killen. Ach, scheiße. Ähm, habe ich überhaupt noch Fleisch? Es piepst die ganze Zeit bei mir. Ich denke, ich habe eh Fleisch dabei. Hast du kein Fleisch dabei? No. Haben wir was in der Kiste drin irgendwo? Ich weiß es nicht. Guck mal rein. Also hier ist nichts, Forschungszeug. Wenn mein Kampf gleich noch weiß, kann ich gucken. Ich habe es gekillt. Das ist noch leer. Da ist Leder drin, aber damit kann ich ja nichts anfangen. Shit, dude. Scheiße, jetzt wird es auch Nacht. Fuck, jetzt muss ich weit rennen. Ich habe noch drei Stück dabei. Bereits gebratenes. Naja, vielleicht finde ich noch schnell was zum Jagen. Von diesem Pferd. Fuck, fuck, fuck. Renn, renn, renn. Alter, ich bin so am wegrennen gerade. Fuck. Oh, da hat Leder gedroppt. Ich könnte abdurchflippen, ey. Fuck, you kill it. Komm schon. Komm schon. Hallo. Wie seid ihr wilde Tiere? Mitten in der Nacht einfach irgendwo hinfällt. In sein Loch. Ich bin jetzt schon wieder bei der Pyramide, da wo der Ritter war. Mhm. Hast du schon alle drei Fleisch aufgebraucht, die ich dir vorhin gegeben habe? Mhm. Krass, man hat irgendwie die Hunger. Warum hat man da nie Hunger? Ja. Dafür habe ich ziemlich viel, also ich muss mich nicht so oft schlafen legen, habe ich gemeint. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Na das stimmt, ich bekomme echt oft auf den Sack. Ich bin gestorben, da hat mich irgendwie vergiftet. Ich habe permanent Schaden bekommen, auch wenn er mich nicht getroffen hat. Vielleicht ist dein Hunger zu weit gegangen, dann kriegt man... Achso, ah ne stimmt, okay, okay, ne natürlich. Natürlich. Ich habe wahrscheinlich dann verhungert. Übrigens, ich bin jetzt einfach in die Pyramide reingegangen und komme jetzt dann von unten. Da sind jetzt wenigstens keine Viecher, das ist gut. So, dann bin ich jetzt auf dem Schiffe. Auf dem Schiffe. Gott, ich könnte mein Schiff abbauen, merke ich gerade. Echt? Du kannst es abschlagen. Also ich habe gerade innen die Wand abgeschlagen, ich glaube ich könnte... Ah ne, außen kannst du nicht abschlagen, du kannst nur die innen wegschlagen. Das Glas und den Computer kannst du glaube ich mitnehmen. Irgendwann bei unserem Schlafgemach. Ich glaube, wir lassen jetzt mal Killer und seine Base in Ruhe. Wir fliegen jetzt mal ganz woanders hin. Nee! Wo fliegen wir heute hin? Schauen wir mal hier rein. Hast du immer noch Sackfeuer dabei? So, find random, wir fliegen jetzt mal... Hier hin, zu diesem Stern. Alpha Helgavisia Majoris. Hast du eigentlich Silber dabei? Ja, ich habe drei Silber dabei. Ich brauche endlich das... Ich brauche Feuer, damit ich... Ich habe hier noch Fleisch, aber wir haben kein... Kein Feuer. Hm. Schuss Feuer dabei. Schuss ein Bobbes. Feuer müsste eigentlich im Eck sein. Das habe ich eigentlich nicht abgebaut. Ich gucke mal. Da ist der Ofen. Aber kein Lagerfeuer. Shit. Okay, warte, ich bin gleich da. Ah, da bist du... Komisch. Hier, hier war es eigentlich, ne? Im Eck. Warte mal, habe ich vielleicht eins dabei? Nein. Ah, warte, warte, warte. Ich schau hier... Ne, ich habe es. Aus irgendeinem Grund habe ich es. Seltsam. Das ist echt eine seltsame Geschichte. Das Ganze. Darf nicht wahr sein alles hier. Grünzeug, hier ist doch Grünzeug. Habe ich alles rausgeholt schon? Ich mache das hier mal ein bisschen alles auf Abstand. Mhm. Den Ofen auch auf Abstand. Das sieht dann einfach ein bisschen besser aus. Ja, den Ofen. Hier hin. Crafting Table. Hier hin. Geht nicht, weil da... Scheiße. Kannst du das kurz auffüllen? Das ist das Schnee, bitte? Na und? Ich meine, da muss ich mein Crafting Table nicht weglegen. Da muss ich schon wieder suchen und zerstören und Call of Duty Black Ops. Redoffel. Da ist zu Schnee. Das ist zu heller Schnee, den will ich nicht. Das ist ja slush und kein Schnee, du. Ich will slush. Ja. Sonst kommt dieses Crafting Table nicht dahin. Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich mache noch 8 Fleischchen in die Grünzeug- und Fleischkiste. Da sind jetzt 11 insgesamt schon drin. Ich brauche jetzt eigentlich auch ein bisschen Sluge, um da oben zuzumachen. Ich habe hier... Was ist das? Uncommon Bagger. Ich bin ein Bagger. Bagger. Crappy Hammer. Ist das die Ding? Oh oh, jetzt muss ich aber auch gleich was futtern. Du 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 du. Ach man braucht ja echt 3, vielleicht haben immer wieder komplett volles. Sehr hart. Ich habe noch einen Fernseher reingestellt ins Schlafzimmer. Geil. Können wir abends die Nachrichten schauen. Das ist Paris. In der Schneelandschaft schneit es heute wieder. Hart. Minus 20 Grad, so jeden Tag. Wenn wir gerade die Wetternachrichten oder so was schauen. Minus 20 Grad, so wie jeden Tag. Lass am nächsten Tag rausgehen und nach dem Silber gucken. Dann haben wir nämlich die Aufgabe. Genau. Was fehlt uns noch? Du hast gesagt zwei Stück. Wie viel brauchen wir insgesamt? Vier. Also wir brauchen diese Silberplatten, ne? Zwei Silberplatten. Also zwei Silberdinger machen nur eine Platte leider. Guck mal was uns noch fehlt. Geh mal rüber. Ja. So. Also. Wo ist es denn? Das ist unser... Ich mache jetzt mal dieses Toymaker-Ding auf, glaube ich. Nein, ich sterbe gleich wieder. Oh Gott, nein. Ich sterbselt schon. Was ist denn Iron Bad? Das. Da. Das. Aua. Ich wollte wegen Fleisch. Ich weiß, ich war ehrlich. Ich dachte, ich wärst du das Viech. Wegen Fleisch wird's so... Wir haben doch hier unten jetzt aber schon elf Stück oder so. Ach du hast... Du sagst schon so viel mitgebracht, okay. Guck mal, du kannst ohne die Tür aufzumachen kannst du nicht schlafen legen Ich hab mich reingebeamt Alter, wie sie durch unseren Garten laufen, die kackfächer Das geht's aber los Guck mal, wenn wir nicht schlafen, dann können wir, haben wir wahrscheinlich Albträume da oben Die Zombies hören, wie sie da schon rein wollen in unsere Schlafbude Ja, guck mal, die können jetzt einfach da wir müssen da oben noch ein richtiges Dach drüber setzen Die können einfach reinspazieren, weißt du Wir setzen da sowieso noch mal ein kleines Häuschen hin wenn wir genug Rutsch Was mach ich eigentlich? Ich fresse jetzt, glaube ich, lieber die Bandanen Bandagen Bandagen sind so lecker Können wir eigentlich auch diese Sachen, die dann von der Decke wachsen, auch farmen die immer überall an die Decke hängen Diese Pflanzen Mich interessieren Na, jetzt auch Ich esse auch lieber eine Bandage Weißt du, was ich jetzt mache? Bei der Geräuschkulisse kann ich schwer einschlafen Ich werde das Ding jetzt wieder abhacken Ja Das kannst du hier unten rein machen Obwohl, dann hört man es ja immer noch Ich werde hier oben so eine andere Lampe reinhängen Aber das mache ich ein andermal Jetzt habe ich gerade keinen Bock hier aufs Schlafzimmer Ich mache hier jetzt schon lange genug rum Ähm, M, 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 M Ich muss jetzt gucken, was uns fehlt Das wollte ich ja genau, das wollte ich ja eh gucken So, uns fehlt Nur noch Kartoffel Hier Uns fehlen Ah, zwei Silber Also uns fehlt noch ein einziges Silberstück Und Zehn Koppel Aber was haben wir Ja, ein Silberstück fehlten es eigentlich noch Eins Achso, ich habe, oh fuck Ich habe zwei im Inventar Mein Gott, bin ich ein Idiot Ich suche hier gerade was anderes Und merke gerade, dass ich zwei Silberstücke im Inventar habe Ey, was ist mit mir los? Dann brennen die mal direkt Brennen die mal direkt Ne, die sind schon gebrannt Das ist alles fertig Ach, du hast schon zwei Genau Genau das Passt nicht, egal Willst du das Ding machen oder soll ich? Wer macht das ähm Hast du den Rest an Material schon? Einstecken? Äh, noch nicht eingesteckt, oder? Ich kann, ich kann Hier ist es drin Ja, dann Jetzt habe ich alles Ja, okay, ich nehme es alles auf Okay, ja gut, dann gebe ich es dir Achtung Ich mache gerade noch ein paar Panks Scheiße, Mann Jetzt habe ich es wieder aufgenommen, warte Bam, bam Thanks Thanks a lot Dann stelle ich das Ding mal her Äh, irgendwas fehlt noch Silber Silber Bar 1 Habe ich erst Geht Ah So, noch ein paar Planks Ja Mir fehlt jetzt irgendwie angeblich Noch ein Silberding fehlt noch Da ist noch eins zugeschmissen, oder? Ich habe vorhin eins gebrannt Mich verarschen Ach, hast du jetzt noch irgendwie eins? Ne, ne? Moment Moment Wie hattest du, zwei Silberdinge hattest du? Zwei Silberdinge, warte, ich schau mal kurz, ob ich eins vielleicht wieder aufgehoben habe aus Versehen Hier ist nichts Dann müssten wir insgesamt sogar drei gehabt haben, weil ich hatte eins und du war das zwei, jetzt habe ich nur eins hier drin Was ist das denn? Was ist denn los? Was ist denn los? Ist da oben nicht Eisen? Zu zufällig, guck mal Da in der Wand Was? Ist doch Eisen Irgendwie Wir brauchen, wir brauchen Silber Ach stimmt Ach, scheiße, Mann Das ist das Das ist Das ist Zum wahnsinnig werden Du denkst du sechsen Achso, ja, ich habe sie so hoch wie die Bäume gemacht, war vielleicht ein bisschen übertrieben Ich meine, wir können ja mehrere Etagen machen Mhm Sonst habe ich nicht genug Steen Vor allen Dingen nerven uns dann diese kleinen Mongos nicht mehr Boah, fuck, ich bin voll runtergefallen Oh, fuck Okay, dann lass uns die mal kurz platt machen Ich habe jetzt hier gerade einen Anruf Bin ich hier gerade am Anruf erhalten Ich werde hier wahrscheinlich jetzt gleich meine Freundin abholen Ja Oh, geil, Fleisch, okay, perfekt Okay, alles klar, dann bänden wir die Folge auf jeden Fall hier Fürs Erste, wir sind jetzt jede Sekunde dabei die Quest abzuschließen mit dem Satellit Ja Rechtzeitig bauen wir hier noch ein Häuschen hier über unseren Kellereingang Da können wir hier schön alles weiter ausbauen Ich würde sagen, wir legen uns jetzt erstmal schlafen Schauen hier noch kurz die Nachrichten Guck mal da oben, das Hast du da oben was abgebaut von unserem Zeug? Nö Drei kaputte Bäume, da war doch vorher noch mehr gestanden Musst du los? Hm Wer war hier? Waren die Zombies hier und haben unseren Kram abgebaut? Keiner weiß es Das und vieles mehr Erfahrt ihr In keiner Folge Nee, ich warte in der nächsten Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal Ciao Ciao